Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bench und Ui. Im letzten Part haben wir eigentlich fast alles von Welt 2, 3, den Hex-Hex-Park geschafft. Das machen wir die restlichen zwei Puzzletaller. Ich weiß nicht, dass die Steuern echt beschissen ist. Wenn man mal drinnen ist, dann kommt man eh. Also dann kann man es eh. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel ich brauche. Ich sammle einfach ein paar. Nicht schlecht. Wie viel wäre es eigentlich gewesen? Wie viele Punkte? Ich habe keine Ahnung. 2 vs. 1. 50. Ja, es ist eh eigentlich relativ einfach. Man darf nur nicht in die Enge getränkt werfen, dann geht es. Getränkt werfen. Getränkt werfen. 30 Punkte habe ich schon. Das habe ich auch eigentlich schwer in Erinnerung. 69 Höhen. So. Die letzte Challenge von Autoscooter. So. Das ist ein 3 gegen 1. Es ist wieder ein bisschen schwerer. 40. 40. 40 ist bei 3 schon ein bisschen schwerer. Ja, weil das Problem ist es einfach. Sie rauben dich einfach nur in die Ecke. Aber es ist eigentlich nicht möglich. Es ist nicht unmöglich. 40 habe ich schon. Ja. Hoppala. Ja. Also man kann da wirklich. Äh. Wirklich. Verlieren. Also man kann auch wenn man Pech hat. Sehr schnell verlieren. So. Das vorletzte Puzzleteil. Und damit haben wir jetzt 35. Und jetzt. Kommt das auf das wir alle gewartet haben. Oder ihr. Das was ich immer. Gern am Schluss von einer Welt mache. Und zwar der Boss der Welt. Wir haben alles gemacht. in der Welt. So. 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 Mal. So. 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 sehr schnell in deutsch war ich weiß nicht mehr er genau müsste fliegt mr fliegt er ist auf deutsch genau ich denke ich habe mich der Pätsch So kommt das jetzt schon? Ja, passt. Mein Bezieger muss man nur einmal drauf schießen. Geh weg. So. Das war jetzt doof, aber ne? Ich tue mir das selber weh. So. So, 5-5. So. Ich brauch mehr Kanaten. Wo ist der Flick nun? So. 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 Auf der Nase hat er nichts mehr. So. Wo sind die letzten zwei? Er ist am Rücken. So. Wo ist das letzte? So. 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 nur sagen wir sind relativ schlecht dabei aber welter wir müssen noch einmal später in die welt kommen und fritten und bürger holen für später halt aber gliptoff wasteland vielleicht kommt das gliptoff und dann das andere wo es schon mal jetzt in den part kommen wir sind erst es ist 11 minuten 30 die kunden weil das ist halt schnell vorbei gewesen aber jetzt war ich muss mich auf einmal einmal aufteilen dann haben wir daran so dann einmal da durch dafür habe ich den move aus der vorigen welt genommen so und der vogel puttet das aus wir haben das kind auf dem rücken schlagen müssen ja das dauert ein bisschen bis das kind im wasser ist so was machen wir als nächstes das ist jetzt die große frage falsch rausgehen das ist immer gut was wir haben ja eigentlich das wasser sauber gemacht eigentlich sollte uns ja auch ein puzzletal geben oder das war das okay das geht auch erst später ich weiß schon was das war, ich weiß schon warum das nicht geht, okay, das ist ein Brustenteil, das was jetzt, ich weiß nicht, ob das dann, so, wir müssen, ist es die Kevin, wo Dings ist? ja, das ist einmal das, da ist auch, Funko, ne, irgendwo, so, Tisch, das macht den Mund auf, ja, das ist ganz schön, das ist kind of ein bisschen doll, ja, das ist einfach ein bisschen doll, ja, das ist einfach, ja, das ist einfach, ja, das ist einfach, Ich mag ihn ran, Bast. So, inside the big fish. Ist es halt die Frage, ob wir das schon machen können oder nicht. Irgendwo ist ein Ginger, weiß noch nicht wo. Gehen wir mal nach links. Hallo? Oh! 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 Was ist das wohl so? Na, häh? Ist das sonst irgendwas? Ich weiß, das ist ein bisschen ekelhaft da drinnen, aber so ist das. So, ein gelber Chincho. Hi! Äh, wo geht's schnell raus? So, das heißt, den Fisch müssen wir nicht mehr machen, wenn der Fisch rülpst. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Oberfläche, wenn ich finde, wo das war. Da. Bonus, das eine. Bastelterlaub. Bonus, habe ich also 18. Wir gehen zum Schiffpack. Machen das. So, das ist wichtig. So. So. So, danke für dieses Buzel da. 28. 38 schon. So, kann man? So, ich brauche mehr Eiser. Das waren keine Eiser. So, wie viele Buzelteile haben wir in der Welt jetzt schon? 5. 5. Also, 5 fehlen noch. 1 kann man nicht kriegen. Das ist 6. 1 ist der Endgegner. 1 ist das Minispiel. 2. Geil. Wo sind die 2, die... Ist ein Sandens Schiff 1? Ich weiß es gerade nicht. Ich schaue mal. Wenn ich nicht falsch filmen würde, könnte ich schauen. Das machen wir halt das Minispiel und den Boss zuerst. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade hinschule. Also, 5. Der Boss. Minispiel. Das eine, was wir nicht kriegen. Welche zwei Buzelteile fehlen? Jetzt muss ich überlegen, welche zwei Buzelteile fehlen. Wenn ich da schwimm. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme, wenn ich da schwimm. Und dann... Ich weiß nicht, wo ich rauskomme, wenn ich da schwimm. Eigentlich ist es blöd, dass ich da hinschwimmen wechsel, aber wenn ich schon da durch bin, kann ich das extra machen, ist es egal, ich hole nur eine Sache. Und zwar diesen Jinju. Na, welche Welt sind wir? Jetzt haben wir da wirklich 100%, fast 100%, uns fehlt noch eine Honigwabe. Wenn wir schon da sind, können wir es uns auch gleich holen. Wenn ich noch weiß, wo das war. Ja, von Welt zu Welt, das ist halt... Na, wo muss die eine Honigwabe, wenn wir schon da sind? Dann liegt die nicht da immer dumm. Dann habe ich es wenigstens, da brauche ich mal kein Kopftuch machen, dass die fehlt. Und keiner schaut in die Kommentare, hey, du hast deine Honigwabe vergessen. Hol die sofort. Oder die Abo. Wenn wir schon von Abo reden, 40% haben nicht abonniert. Können sie gerne nachholen. So, und da sollte die letzte Honigwabe drin sein. Ich... Und jetzt... Ich... Ich... Jetzt... Bitte... Ich... 증... Ich... da wäre ein stop-and-swap ding das halt noch nicht holt das muss ich dann nachholen das hab ich voll vergessen dass es da ist da geht man nämlich einen spezial etwas speziales halt schreiben ob sie das haben wollte so nicht ich weiß wo sie ist ich weiß wo ich es mal holen kann aber ich habe nicht mehr gewusst dass es da ist dass es da unten ist ich hab zwar gewusst dass ich hätte einfach mal ja scheit egal ja keine ahnung was ich sagen wollte naja jetzt muss ich mal wissen wo die letzten fünf da habe ich erst recht die wohnung war da nicht geholt ich hab mir dachte ist da unten im moment 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 wenn wir schon da sind wenn wir schon da sind da habe ich ein paar kleinigkeiten nicht vergessen und zwar hier in den zug das ist ganz wichtig das hätte ich fast vergessen aber dann habe ich ja noch gar nicht aufgemacht oder zuerst die dingswelt die witchywelt weil einfach sonst vergesse ich das wieder ganz ganz wichtig so jetzt kommt nämlich der dino sagt er kommt nur raus er den zug hört so ich weiß jetzt nicht ob das der dino ist der was groß werden muss oder nicht das weiß ich jetzt nicht mehr so wir müssen die welt nicht extra verlassen wir können mit dem zug direkt zu den klicken fahren weil da steht er erstens nichts nicht schlecht zweitens wenn das musste sein was groß macht werden muss es passt so alles wie süß danke schaffner also ich bin mir nicht sicher ob das der ist der was groß werden muss oder nicht das war gescheuert ich wollte eigentlich fahren und nachlesen ob es der ist war nicht da kommt da muss man einen kranken dino dort reinbringen so oder so singt so jetzt haben wir alles gemacht also dass das was eigentlich wichtig war jetzt weiß ich wenigstens was dort schnell war naja ist nicht so schlimm wir haben nicht viele poste da gekickt so was machen wir dann als nächstes ich gehe mal daher anschauen noch kurz ob es irgendwo was geht was ich übersehen habe da hinten sind eine honigwabe ich habe das letzte mal mich gewundert ob ich da drinnen war habe ich nachgesehen ob ich da drinnen war oder habe ich nicht nachgeschaut ob ich da drinnen war oder ich glaube ich habe nachgeschaut ob ich schaue noch mal nach ich weiß es nicht mehr ich weiß ich weiß wieder vorbei geschwommen bin oder nicht. Ich werde es gleich sehen. Oh ja, das war die Hütte mit dem großen Fisch. Was war da oben schnell? Da war ein Ausgang. Wohin ist der schnell gegangen? Ah ja, genau. Der ist in einem Tempelkomplex am Anfang gegangen. Genau. Genau. Au. Boah, die alle da sind nervig. Aber naja, ist halt so. Ich muss jetzt überlegen. Man kommt ja von da. Wie das? Stirb. Du stirbst auch. Genau, da sieht man da aus. Oder von wo kommt man? Von da kommt man. Sieht da aus. Links ist nichts gescheuertes. Nichts gescheuertes. Rechts geht es weiter runter. Rechts geht es. Warte mal. Es gibt zwei Wege. Einer ist da. Gleich in den kleinen Tempel. Ich bin da angeschwommen. Da war nichts gescheuertes wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht wo ich überall war und wo ich überall nicht war. Hoppala. Das ist meine Flasche umgeflogen. Nein, mach das. Was war da rechts schnell? Da war der, genau da war der erste komische Oktopus. Da sind wir entlang geschwommen. Ich muss mich auch so ein bisschen zurecht finden da. Was war da hinten links? Padao? Wumba? Ja genau. Ich glaube von Atlantis da rauf ist Wumba. Genau da ist Wumba. gibt es da noch irgendwo ein unterwasser weg was ich übersehen habe okay ich muss das kurz überlegen 5 fehlen noch 1 kriegt man nicht den 6 minispiel gegen Ich muss bei Lankas, bei denen irgendwo noch irgendwas gehen Weil wir haben, das was wir nicht kriegen können, ist 6 Endgegner sind 7 Das was wir nicht kriegen können Endgegner, Minispiel Muss noch irgendwo 2 Passloteile geben Der ist offen, kann man die eigentlich aufschließen? Da geht es nicht runter, da ist der Druck zu heftig Da ist ein Ding drinnen Da sind wir jetzt vorher rauf geschwommen Von wo sind wir da eigentlich kommen? Muss ich kurz schauen Ich glaube so sind wir kommen Genau, das sind wir Dings Ich weiß wo 1 ist Ich weiß wo 1 ist Das wäre der Nummer 9 Ich will aber immer noch Nummer 10 Ich weiß schon wo es ist Ich habe ganz am Anfang bin ich hingegangen und habe gesagt, da können wir nicht weiter Also da will ich nicht weiter gehen Wegen wo war denn das schnell Was ist das? Sag bitte dass es das war Ja das war das Ja das war das So wie ist man da schnell rauf kommen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht wie es geht Ich weiß nicht Ich weiß nicht wie es löst wir das nicht Ich weiß nicht wie es löst wir das nicht Das war zu hoch Jetzt wie soll man sich das nicht holen Nein Wegen was wir mal gesagt haben Da ist ein Ding ich glaube da ist nämlich noch eins drinnen das würden die zwei erklären die was ich noch suche das ist warte mal moment das ist gerade die industrie moment 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 ich weiß der pate schon wieder lang aber wie viel sehen das reicht Feuer, granate, aus. passt so dann hole ich mir das was drinnen ist Das ist eine Puzzletoll, das wird aber nicht zu denen gehören. Kann man mal schauen. Ich weiß nicht, ob das zu den Level zählt, wo wir jetzt hinschwimmen. Ich kann euch nur sagen, dass es eines der letzten Welten ist, wo wir jetzt hinschwimmen. Ich weiß, es ist ein bisschen durcheinander heute. Okay, es war nur der Shinjo. Ja, ich kann wieder zurückschwimmen, es war nur der Shinjo. Ja, aber ich fang mich trotzdem. Also jetzt haben wir das. Jetzt fehlen wir noch vier. Endgegner. Also Endgegner. Also sechs haben wir. Endgegner, Minispiel, das muss man nicht kriegen. Eins fehlt uns trotzdem noch. Es gibt noch den einen Eingang. Ich weiß nur nicht, wo der mich hinbringt, schnell. Ich weiß, was mir fehlt. Ja, ja, das machen wir in den nächsten Part. Das habe ich voll vergessen. Das ist am Anfang, wie man runterschwimmt. Ja, das habe ich vergessen. Ja, gut, dann sehen wir uns aber in den nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und ciao. Ciao.